Da wäre es irgendwie... Nein. Keine Sprengsätze. Nein. Falsch. Das ist mir jetzt falsch. Da wäre was drin. Aber nö. Brawlergehege wird neu bestückt. Da wäre es drin. Da wäre es drin. Da wäre es drin. Ich weiß nicht was sie getan haben Pilot, aber mehrere Explosionen haben den Manipulator arm geschwächt. Ich bin frei. Ah, gut. Biti, du bist frei. Endlich. Fotozeit. Er ist frei. Perfekt. Wir stürzen alles ein. Wir müssen weg. Sie sind in der Nähe. Markiere meine Position auf ihrem Platz. Oh, der ist hier. Ich habe die Doppel ein. Außer den. Verträck. Nächster. Ich habe die Doppel. Ich habe die Doppel. Ich habe die Doppel. Ah, direkt. Waffe, ein Tidefall. In der Gemeinde Mogi. Es ist einfach meine Lieblingswaffe. Ja, kann man nicht wissen. Waffe. 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 diese umgebung ist extrem gefährlich schlage vor einzuschneiden ich habe einen ausgang jenseits dieser kuppel entdeckt du machst also den ganzen ärger ja ich mach nichts zu sagen du bist doch weg hier da hat er uns runtergestoßen das kriegt er zurück das gibt keine aufregten flugsystem offline Ja, sorry. Ja, aber ich verfolge heute, deswegen deckt's ab. Ja, okay. Okay, gut. Ja, perfekt. Geh doch. Weiter geht's, weiter geht's. Weiter weiter. Sektor 5, Bravo. Bringen Settel 50 bis 85. Alter, EMC, Leute. Oh, war er jetzt heim? Elf, das ist nicht. Das hat einen hohen Preis auf Ihren Kopf ausgesetzt. Tod oder lebendig. Seitdem hat es ein gewissen Weg für mich. Danke. Ash, komm her. Ihre Technik wird besser, Pilot. Allerdings nicht ausreichend, um zu spät. Perfekt. Zwar kreativ, aber noch bin ich nicht in der Schlaf. Ja, das sind die Erfolge. Die Abriegelung wurde aufgehoben. Ich schlage vor, wir verlassen die Anlage durch den Tunnel. Danke. Das ist eine gute Idee. Ich gehe noch bessere Idee. So, gut. Weiter geht's. Richtigung. Ende. Ey, schau mal an die Idee, das sind nur eine eigentlich. Ich hoffe, er hat das sehen. Ich wusste doch, dass er irgendwie KI und Europa soll. Aber die ist rot. Pilot, wir sollten auf weitere Abkürzungen verzichten. Ja, VT, du hast die Abkürze vorgeschlagen. Hecker dir rum. Na gut, wie gesagt, das war es erst mal zum nächsten Mal. Das ist langsam, ich muss genug von mir soISE in das Haus построigen. Das ist schon eh.